Willkommen zurück meine lieben Freunde bei meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Wir haben an dieser Stelle uns das letzte Mal überlegt, wir könnten es riskieren, Makran zu versuchen anzugreifen. Wir haben jetzt 10,9, wir können uns 14 Informier erlauben und mit Makran, wenn wir das erobern, würden wir noch ein paar Punkte kriegen für die Verwestlichung. Das wäre irgendwie ganz ganz wichtig, wir brauchen Punkte und schließlich Frühindustrialisierung. Was kann eigentlich das? Das hätte man vielleicht auch machen können. Betonfabrik. Ja, das passt schon. Da können wir dann von der Westlichen. Gut, also versuchen wir das mal. In der Zwischenzeit ist dann hier unsere Beziehung zum Norddeutschen Bund. Und zu Großbritannien auch natürlich. Ah, schon wieder die Influenza-Epidemie. Diesmal haben wir leider Geld, das wir zahlen können. Oh, verdammt, 17,7 Schande. Hm. Naja, das war mal abzusehen, dass wir auch mal Pech haben können. Bis jetzt haben wir immer sehr gut das gemacht. Ja, wobei der Krieg dauert sicher nicht lange. Mit etwas Glück haben die eh keine Lust, mich anzugreifen. Großbritannien sowieso nicht, weil ich in ihrer Einflusssphäre bin. Russland und Persien haben gerade einen Waffenstillstand gegen mich. Bukhara auch. Keiner von meinen Nachbarn außer Tibet vielleicht. Also China quasi hat einen Kriegsgrund gegen mich. Ich will mich nicht mehr so ewig warten. Das sollte ja wohl machbar sein. Ich will mich nicht mehr so ewig warten. Sehr nett. Wir sind weggegangen. Das heißt, wir müssen nicht einmal kämpfen. Wir müssen nur das Gebiet erobern. Oh. Wir sind mächtig genug, dass andere Staaten versuchen, uns in ihre Einflusssphäre zu kriegen. Das finde ich gut. Finde ich gut. So. Gut. Das war ein ganz kurzer Krieg. Und das hat uns wahrscheinlich nicht allzu viele Punkte gebraucht. Aber 2000 waren es immer noch. Oder? Naja. Vielleicht weniger. Na, Punkte sind Punkte. Und jetzt haben wir wenigstens ganz Beloucistan. Endlich. Und nicht immer afghanisch oder pakistanisch oder punjabisch Beloucistan lesen. Mit etwas Glück sind wir aus dem Infamiebereich draußen. Und keiner hat gerne uns den Krieg. Oder auch nicht. Ach, weh. Und was mit euch? Kommt es wieder auf meine Seite? Nö. Keiner unterstützt mich. Alle hassen mich. Weiß ich gar. Das verliere ich. Aber es ist nur Kiva, nicht Afghanistan. Hm. Können wir Kiva jetzt freisetzen eigentlich? Frage ich mich. Während dieser Konflikt ist. Das wird nämlich unsere Dings auch senken. Unsere Infamie. Und das schaut so aus, als würden wir es sowieso verlieren. Und das ist sowieso eine absolut dämliche Provinz. Hm. 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 Meine Infamie ist wieder unten. Haben wir jetzt das Ding irgendwie? Ich hoffe, ich habe jetzt das Spiel nicht gecrasht auf diese Art und Weise. Weil eigentlich geht das nicht mehr. Weil Kiva hat bereits alle seine Kernprovinzen. Oh. Oh. Neudeutsch hat sich auf unsere Seite geschlagen. Ach. Wahrscheinlich, weil sich meine Infamie reduziert hat. Oh. Oh. Aber Österreich ist diesmal nicht auf der Seite. Aber Italien. Boah. Das kann Großbritannien nicht gewinnen. Niemals, niemals, niemals. Schon wieder. Wir werden in einen Krieg gezogen. Gekont. Ja, jetzt gibt Frankreich auf keinen Fall nach, wenn die Picardier erobern wollen. Spinnst ihr, ihr Briten? Habt ihr nicht alle Tassen im Schrank? Ich will nicht mit euch Krieg führen. Ich habe das bereits freigesetzt. Gib einfach nach, Großbritannien. Ich frage mich gerade, ob sie dann auf der Seite von Frankreich kämpfen. Nein, das wollte ich. Wie schaut das aus? 5.100. Kommt mir jetzt viel vor. Ist so viel Zeit vergangen, seitdem ich das freigesetzt habe. Oder hat Kiva... War Kiva so... Oh. So ein Hemmschuh, dass wir jetzt so viel mehr... Ähm... Forschungspunkte produzieren. Hm. 3,88. Und die Pluralität ist auch gestiegen. Das hängt mit dem Bewusstsein zusammen, glaube ich. Ach, weh. Pluralität. 4%. Momentliche Veränderung plus 0,02. Hm. Naja, das ist jetzt nicht viel. Muss ich da jetzt echt einen Krieg führen? Ich will nicht. Ich will diesen Krieg nicht führen. Geht's weg? Ja, vielleicht weil es nicht unabhängig ist, sondern nur Dings. Ein... Vassal. Ist Kiva wenigstens auf ihrer Seite? Hm. Wow, Mobilisierung pur. Ja, wir können nicht mobilisieren, wir sind ja nicht verwestlicht. Wir sind bestenfalls verweichlicht. Hier geht es da her, jetzt da her, jetzt da her, wow, und schon wieder sind da tausende Russen. Aber gegen die Perser habt ihr keine Truppen gehabt. Ist okay, ich gehe nach Kiefer. So, ja, fangen wir mal gewonnen. Verdienen wir diesen Krieg wieder? Ja, natürlich, verdienen wir diesen Krieg wieder. Wieso sollten wir ihn auch gewinnen? Französisch-Gyvanischer Befreiungskrieg finde ich super und sie haben kein Kriegsziel, weil ihr Kriegsziel bereits erfüllt ist. Hm. Irgendwo gehen die hin. Irgendwo hin. Hier geht es nach. Wo gehst du hin, nach Boyn-Urd? Wo ist Boyn-Urd? Na da, okay. Soll sein. Tu, was du nicht lassen kannst. Wie schon gesagt, wir verlieren diesen Krieg eh. Nicht, weil wir so unfähig sind, sondern weil unsere Verbündeten absolute bescheuerte Deppen sind. Soll ich auf. Soll ich auf. Wir kommen auf. Soll ich wieder, wenn du da war. Dann bis hier mal auf. Oh, ich mache jetzt mal auf. Soll ich euch gerade mal auf. Soll ich ja auf. Soll ich mich dann auf. Soll ich bin wirklich mal auf. Keine rufen, haust. Kann ich leben mit, also mit den Enkleinern, aber die kommen da eh, ah wie ein Enklein wieder bewusst sein, ah da kommen sie wieder, die Russen, hurra, da freu ich mich aber, so sehen wir, wie können sie da rein, so schauen wir mal, ist ok, ist ok, 13. Juli, 22. Juli, was ist mit euch, was heißt nach Kasni, was macht sie in Kasni, geht's weiter, gibt's das, helft sie uns bitte gegen diese russischen Truppen, was, die haben uns in zwei Tagen vernichtet, bleib stehen, sei nicht irre, was ist das für eine Truppe? Was ist das für eine Truppe? Was ist das für eine Truppe? Bitte! Das ist ja schrecklich! Hallo, britische Einheiten! Gibt's da irgendwo eine... Wo sind die Briten hin? Fühlen die nicht auch Krieg? Euretwegen fühlen wir das in diesem dummen Krieg? Ok... Ok... Ah, da sind ein paar Briten... Oh Gott... Der Computer ist so unfähig... Der ist noch unfähiger als ich... Und da soll einmal was heißen... Na komm und nun Sunshine... Was wollt ihr machen? Einen Angriff über den... Über den... Über den... Über die Berge vom... Caucasus? Ach Gott... Das ist unfassbar... Naja... Aber immerhin... Da scheinen wir zumindest halbwegs zu gewinnen... Da nicht... Da ist schon wieder Frankreich... Auf der Insel... Irre... Aber zumindest der norddeutsche Bund scheint gegen Russland zu gewinnen... Aber das Problem ist, die können nicht den gesamten Krieg führen... Die verlieren da gegen Frankreich... Weil sie eben nicht... Frankreich und Italien... Weil sie eben nicht alles da haben... Wenn sie nicht gegen Russland kämpfen würden... Hätten sie gegen Frankreich überhaupt keine Probleme... Ich frage mich gerade... Ob Bayern relativ schnell aus dem Krieg ausscheidet... Hm... Ob Bayern aus dem Krieg ausscheidet... Weiß ich nicht... Na gut... Aber Bayern macht überhaupt keinen Unterschied... Ob die mitmachen oder nicht... Das ist in etwa so... Wie wenn ich mitmache oder nicht... Hm... Ich will die irgendwie wieder nach Hause bringen... Ohne an diesen 22.000 Mann vorbeizumüssen... Hm... Können wir sagen... Okay... Gehs mal nach Nukus... Du... Gehst daher... Weit, weit weg... Du... Gehst... Daher... Auch weit weg... Von diesen Typen... Von diesen gefährlichen Irren... Oh... Pfizer-Bard haben sie auch schon erobert... Genau... Machen wir... Oh... Und ihr rennt genau in die Russen rein... Sehr gut... Das habe ich gut gemacht... Das habe ich echt gut gemacht... Komm... Komm... Flieh... 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 Naja... Okay... Ich meine... Ihr seid's davon gekommen... Das ist so frustrierend... Ach... Pfeift drauf... Ach... Gut... Wir hätten den Krieg so machen sollen... Wir hätten all unsere Truppen nehmen sollen... Nach Großbritannien reinziehen... Und gar nichts machen... Dann hätten wir nicht die ganzen Truppen verloren... Aber diese 20.000 da oben verlieren wir auch noch... Das weiß ich jetzt schon... Das weiß ich... Hej... Schaut alles an. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, die Osmanen kämpfen gegen Belgien. Deswegen sind die da. Ich habe gerade gedacht, die Osmanen kämpfen auf unserer Seite. Wie kann das sein? Dabei sind die ja in Belgien, nicht in Frankreich. So, könnt ihr da reingehen. Seid ihr dort in Sicherheit? Ja. Ich bin nämlich nicht Krieg. Ausgezeichnet. Und zurück nach Hause. Kommt schon. Ist okay. Ist schon allabert. Könnt ihr bitte diese Russen angreifen und nicht einfach nur durchhatschen? Fast. Okay, diese Russen verlieren auch, äh, diese, diese Engländer verlieren auch. Anarcho-Liberale, hm. Was ist das für eine Truppe? Das sind Russen, die können... Ach Gott. Wo sind wir denn da jetzt reingerannt? Ich will... Oh, ich will nicht dahin. Ich will nicht sterben. Ich will doch einfach nur heim. Ach, weh. Das kostet ja alles so viel Geld, diese Truppen am Leben zu halten. Na ja, na okay, die halte ich nicht am Leben. Das dazu. Na, immerhin, einen Truppenkörper habe ich gerettet von den Vieren. Von Vieren. Alle anderen sind gestorben. Und der, der überlebt hat, hat so, war so modig. Ach Gott. Das will ich erst gar nicht wissen. So, könnten wir bitte einen weißen Frieden machen? Gut. Danke. Hauptsache, wir haben noch einen Haufen von meinen Truppen vernichtet. Kraft. So, wir brauchen da drei. Ach, ich weh. Infanterie noch. Gut. MR. So, MR. Okay. Okay. So, was haben wir da jetzt gehabt? Okay. Zwei und zwei haben wir jetzt. Zwei und vier. Gut, und den Rest machen wir später. Machen wir mal das. Wie oft ich jetzt schon Truppen nachgebaut habe. Grrrrfts. Okay. Es war abzusehen, dass Österreich wieder zur Großmacht wird, aber... Das war ein Satellitenstart von uns jetzt. Das war ja gar nicht einmal so schlimm. Und wie schon gesagt, das ist nie ziemlich modig. Das passt schon. Das passt eigentlich eh. Okay. Das passt schon. Wir haben 6800 Punkte. Na gut. Noch nicht mehr allzu viel. Äthiopien. Äthiopien hat gegen Ägypten auch gewonnen. Auch Ägypten wird auseinandergenommen, offensichtlich. Aber gut, die werden sowieso immer auseinandergenommen. Nur von Äthiopien normalerweise eher nicht. Und schon wieder die Cholera. Und schon wieder die Cholera war klar. Das wäre ja auch zu einfach. Gut. Gut. Spannend verbreitet sich. auch wieder. Und wir haben wieder ein bisschen Punkte gemacht. Ein paar neue Parteien haben wir auch. Naja, vielleicht sollten wir mal schauen, ob wir da was anderes nehmen können. Die Sozialisten können wir gar nicht nehmen. Mittlerweile haben wir so viele Staaten eingegliedert, dass volles Bürgerrecht nicht schlecht wäre. Protektionismus haben die eh alle. Ah, der Pazifismus ist schlecht. Okay, ich glaube, ich bin müde. Ich glaube, wir werden heute aufhören. Für heute aufhören, so. Hat sich Japan eigentlich schon geschafft, sich zu verwestlichen? Wo ist denn das? Ach gut. Die Nationsstufe da. Boah, Pazin ist schon auf 90%. Die Streber. Japan ist auch auf 80%. Na gut. Ja, das war keine besonders erfolgreiche Runde von uns. Aber immerhin. Wir haben zwar den Krieg verloren, aber eigentlich nicht wirklich was verloren. Herrschaften an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Und schlaft gut und da etwas Schönes. Bis dann. Bis dann. Bis dann.